Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. In der letzten Folge hat Anne ihre Persona-Krafte bekommen und wir haben dann auch dementsprechend in Anführungsstrichen einen weiteren Tutorial geplated. Wir sind jetzt hier und haben mehr oder weniger freiwillig beschlossen sie mitzunehmen. Sie hat freiwillig beschlossen uns unfreiwillig uns quasi zu zwingen, dass wir sie freiwillig in Anführungsstrichen mitnehmen und ja, das war's im Grunde. Mehr ist, was heißt mehr? Mehr in Anführungsstrichen ist nicht passiert. Es war viel, es war gut, ja. Ich mach was auch immer es kostet. Äh, du spürst einen starken, ja, einen Kampfeswillen quasi von Anne. Und? Achso, ja, da, da war ja was. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ganz ehrlich. Also das ist so, ähm, das ist unnötig. Äh, ich bezweifle, dass sowas gefährlich ist. Orthodox, heißt das im Deutschen, im Englischen auch so? Ja, äh, ich bezweifle, dass sowas gefährlich ist, wie deine Gruppe, äh, sowas, äh, ab, mit solchen orthodoxen Sachen hätte abziehen können. Er sagt sie gerade, mit so einer konventionellen Methode oder mit so einer unkonventionellen Methode? Ich bin mir grad nicht sicher. Äh, es wäre nicht seltsam, wenn du jemanden hättest, der professionell genug wäre, äh, die, äh, Leute, die Augen von anderen zu täuschen. Täuschen, also andere Leute zu täuschen. Man, diese Gespräche nerven mich so krass. Wenn du es hörst, antworte mir. Ja, ich bin du, du bist dich, du hast eine neue, äh, Kraft erlernt. Äh, es ist... Es regt mich auf. Es regt mich auf. Weil, ähm, also wir wissen ja, dass wir früher oder später werden wir in diese Situation kommen. Wir arbeiten ja darauf hin. Und es ist einfach verschenktes Potenzial. Es regt mich auf, dass ich weiß, dass ich irgendwo... Dass ich in eine brenzlige Situation komme. Dass ich die ganze Zeit... Also, nicht nur am... Es ist bei... Wie gesagt, sorry, dass ich das nochmal sagen muss, aber... Bei Uncharted war das ja am Anfang auch so. Aber da war das kurz. Da war das... Das eine Mal war schon meines Erachtens nach zu viel, aber es war in Ordnung. So, wenn sie das jetzt bei diesem Anfang belassen hätten, da wäre das in Ordnung gewesen. Aber man wird ja ständig darauf hingewiesen, ja. So, ich finde es blöd, dass sie überhaupt diesen Schritt gehen und quasi so eine Lage demonstrieren. Und dann finde ich es auch noch oben drin scheiße, Dass sie mich immer wieder daran erinnern, ja. Ich meine, hätten sie das gar nicht angesprochen, also wäre der Anfang ganz normal gekommen. Ohne diesen Anfang-Anfang, von wegen, dass man geschnappt wird. Dann, glaube ich, wäre das ein mega krasser Story-Twist gewesen. Ja, ähnlich war es ja bei Persona 3 und 4 auch so. Die hatten die mega coole Story-Twists, ja. Also, bei Persona 4, kann ich immer kurz sagen, ging es ja um einen Killer, der Leute tötet, indem er sie in den Fernseher wirft, ja. Und irgendwann, wirklich irgendwann, im späteren Verlauf des Spiels hat man aus dem Nichts, also im späten, späten Verlauf des Spiels, hat man aus dem Nichts einen Brief von dem Mörder bekommen. Also, da stand nicht drauf, wer den Brief abgeschickt hat. Aber man hat quasi auf einmal einen Brief von dem Täter bekommen, der gesagt hat, ey, hör mal auf, die Menschen zu retten, hör mal auf, die Menschen zu retten, die ich, um die ich mich quasi kümmere. Aus dem Nichts! Aus dem Nichts! Und dann wurde der Brief auch noch von dem Onkel gefunden und quasi, es war, es hat einfach Bumm gemacht. Ja, und dieses Bumm hätten sie hier auch machen können, indem sie das am Anfang einfach nicht gezeigt hätten, ja. Wenn man urplötzlich gefangen genommen wird, nach, nach 80 Stunden Spielzeit, dann wäre das mega geil gewesen. Aber so, finde ich, ist das mega verschenktes Potenzial und das regt mich mega auf. Weil alles andere ist einfach 500 mal besser, aber diese Tatsache, dass ich ständig darauf hingewiesen wäre, regt mich einfach mega auf. So, aber okay. Äh, genau. Hier haben wir wieder die, die Möglichkeit, unsere, unseren Zug weiterzugeben, in dem Fall an N. Tut mir leid, dass ich das nochmal sagen muss, das regt mich mega auf. Und wenn wir die Persona, diese Arcana, äh, kombinieren, kriegen wir natürlich einen XP-Bonus. Äh, und ich kann jetzt natürlich den Handschlag benutzen, genau. Äh, lasst es mich einfach wissen, wenn ihr wieder da reingeht. Oh, warte, wir haben nicht die, äh, die Info vom anderen, also wahrscheinlich die Handynummer. Ja, gib mir deine Nummer und deine Chat-ID und, äh, ja, natürlich hast du ein pinkes Handy, natürlich. Weil du ein Mädchen bist. Ich verlasse mich auf dich dann, ja. Das selbe gilt für dich, Morgana. Ihr, ihr freut es ganz auf meiner Seite, Lady Anne. Ich gebe ihm mit seinem Lady Anne ein bisschen auf den Sack, mit seinem Lady quasi. Äh, was für ein nettes Mädchen, solch eine, ich hätte jetzt nicht ragen sollen, jetzt ist meine Stimme wieder weg. Solch eine, äh, eine anbetbare, äh, äh, also, solch ein, ein tolles, äh, er, er, es freut ihn, dass sie sich um andere kümmert. Und diese, äh, unscheut sich selber quasi in die Clown des Todes zu bringen, um ihr Ziel zu erfüllen, also sich selber quasi für andere zu opfern. So toll! To boot? Meint ihr da mit die Boots? Ist das wieder so eine Redewendung? Sie kümmert sich um, um ihre Freunde und sie ist auch bis zu den Füßen wunderschön quasi. Was für ein Mädchen! Sie hat mein Herz gefangen! Oh Gott, du nervst! Kumpel, Alter. Also, so, Junge. Ja, es wäre, weißt du, es wäre gut, wenn diese Gruppe von jetzt an schnell zusammenkommen könnte. Ja, einfach eine Gruppe bei WhatsApp erstellen. Äh, war! Unsere beste Option wäre es, ein, ein Geheimversteck, äh, zu machen, wo wir unsere Sachen besprechen könnten. Ja, dass wir uns ein Clubhaus bauen. Ja, das ist ein Clubhaus, oder? Ja, das ist ein Versteck, ja? Ich mag, wie das klingt. Äh, das Dach des Schulgebäudes würde klappen. Es scheint, als würde niemand dorthin gehen, äh, für den Moment. Und das, ja, das würde es dementsprechend zum perfekten Versteck machen. Ich kann dich nicht vom Inneren des Palastes kontaktieren, also bleibe ich in der realen Welt, äh, in dieser Welt. Nur nachdem das gesagt wurde, äh, brauche ich jemanden, der sich um mich kümmert. Ich nominiere dich persönlich, du solltest dich geehrt fühlen. Das ist all you, dear. There's nowhere I can at my place. Ja, du musst es quasi machen, ich kann, bei mir kann er nicht hin. Ja, da wir nun unser Versteck haben, lass uns doch morgen da treffen. Okay, lass uns, äh, jetzt mal nach, äh, meiner neuen Residenz für diese Welt schauen, nach meinem neuen Zuhause, lol. Keiner fragt mich. Was ist mit Sojiro? Der hat auch sicherlich was dagegen. Äh, ja, von jetzt an wird die Chuzhin-Akademie das Dach des Schulgebäudes quasi mein Versteck sein, lol. Auch so mit Zelten und Mikrowelle und Dach und so, bauen wir uns da was. Schlafen kann man ja da oben nicht, ne, vor allem nicht, wenn's regnet. Oh. Äh, hey, der Laden ist immer noch auf, geh hoch. Wie, darf ich nicht selber Kunde sein? Wer ist das da? Sieht verdächtig, wichtig aus. Hm? Punk-Rock-Woman, ja. Hey, äh, geh nicht zu den Kunden, also lass die Kunden in Ruhe. Es tut mir leid, wenn er unhöflich war, Doktor. Doktor? Ist mir egal. Also, kein Ding, kein Problem quasi. Komm schon, äh, du bist im Weg. G-G-T, halt die Fresse, ganz ehrlich. Äh, direkt, ich hab den Typen direkt wieder gefressen, ne. Ich war fünf, ups. Was war das denn jetzt? Ich war fünf Monate weg, aber ich hab den direkt wieder gefressen. Danke, ich sehe dich später. Komm bald wieder. Äh, komm wieder, ja. Verdammt. Äh, er hat so... Das war's für heute. Äh, äh, der Kunde eben. Sie ist, äh, die, äh, Hausärztin, die, die oberste Ärztin quasi in der Klinik, die Straße runter. Äh, es gibt Gerüchte, dass sie ziemlich, äh, beschissene Untersuchungen gibt. Und komische, selbstgemachte Medizin verkauft. Obendrein. Äh, na, wenigstens, äh, also, das ist jedenfalls das, was ich gehört habe. Ich war da noch nicht selber. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwann hin. They should really just, äh, sie sollten sie wirklich alleine, äh, in Frieden lassen. Es ist ja nicht so, als wenn sie in den Leben der anderen im Weg, den Leben, in dem, den anderen im Weg sein würde. Lol. Hey, sind wir schon da? Hä? Hä? Nun, ich muss nach Hause und, äh, Essen machen. Stimmt ja, der wohnt ja gar nicht da, ne? Yeah, hier sieht's ja immer noch scheiße aus, lol. Was zum, was ist das für ein Ort? Ist das eine Art verlassene Hütte? Hey, äh, bist du... Ich hab mich gewundert, warum ich ein Miauen gehört habe. Warum hast du es... Warum hast du es hierhergebracht? Es hat kein Zuhause, es war verlassen, also hat man rausgeworfen quasi. Es ist mir hierhin gefolgt. Ganz klar. Nicht mein Problem. Schau, dieses Restaurant... Es ist... Dieser Ort ist ein Restaurant. Äh, Tiere gehen hier quasi gar nicht klar. Äh, obwohl ich schätze... Du bleibst vielleicht auf der guten... Auf dem guten Weg, wenn du... Ein Tier hast und dass du dich kümmern kannst. Ist das so? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber okay. Na gut. Also ich meine ja klar, Tiere haben natürlich immer einen positiven Einfluss auf Menschen. Also meistens jedenfalls, wenn du... Keinen hast, der Robben verprügelt. Also nicht so einen Menschen hast. Aber so an und für sich, äh, so aus der Sicht von Sojiro würde ich mir denken, yo, der, der macht schon wieder Ärger. Der bringt, bringt irgendwelche Sachen mit, als nächstes klaut er einen Fernseher. Der holt sich alles, was er will, wie er es will, wann er es will. But keep quiet when we open. Ja, also sorgt dafür, dass er ruhig... Dass er quasi ruhig bleibt, wenn der Laden geöffnet ist. Und lass es nicht die Treppe runtergehen. Oder sonst fliegt's... Sonst schmeiß ich's raus. Ich werde mich nicht darum kümmern. Das ist doch alles deine Sache. Ja. War das der Herrscher dieses Ortes? Ja, ja. Scheint... Schien ziemlich verständnisvoll für jemanden, der dich hier quasi in... in dem... Müll lässt, in dem mülligen Ort. Dann wiederum, ich schätze... Für normale Menschen klinge ich halt wie eine miaunde Katze. Als ich den... Er kam grad mit dem Teller rein. Als ich grad ein Stück gesehen hab, dachte ich, der hat was anderes. Und er hat irgendwie so'n... 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 Schmetterlingsnerz oder so. Ernsthaft, äh... It had to keep calling out in der... Es musste echt so in der süßen... Kleinen Stimme weiter miauen. Also quasi der hat miaut und der hat sich angesprochen geführt. Grad. Geh sicher, dass du das dann wäschst. Das... Ja. Den Teller. Und so. Nicht die Katze. Nicht die Bücher. Den Teller. Name oder決定. Übrigens, hast du dich, äh... für einen Namen entschieden? Morugana? Ich habe gehofft, dass... Dass ich sie benennen kann. Dass ich es benennen kann. Sieht so aus, als wenn der Chef mich mehr mag als du. Also im Sinne von... Nicht, dass ich Morugana hassen würde, sondern... Ja, Sojiro mag die Katze mehr als mich. Was war das gerade? Und ehrlich gesagt... Ist der Ort Himmel im Vergleich zu Kamoshidas Zellen. Erinnert ihr euch, wie ihr mich gefragt habt, äh... Darüber, was ich bin? Ehrlich gesagt... Erinnere ich mich an gar nichts... Über meine Geburt. Ich glaube... Ich glaube, ich... Ja, glaube, das Metaverse, also dieses... App-Ding, Welten-Ding... Äh... Diese... Diese... Dieses Wisch-Waschi... Diese verzerrte Welt hat mich sowohl meine Erinnerungen als auch meine wahre Form verlieren lassen. Ist diese Form menschlich? Ist diese Form eine Katze? Was muss es sein? Ich meine, warum sonst würde eine Katze in der Lage sein, so zu reden? Es gibt keine andere mögliche Erklärung. Ja, es gibt keine Zweifel, dass diese... Verzerrung... Der... Die Ursache... Dafür waren, dass ich mein reales Ich verloren habe. Ich bin mir sicher, dass sobald sie gereinigt sind, äh... Bin ich in der Lage, zu meinem richtigen Ich zurückzukehren. Ich habe auch eine gute Idee, wie ich das anstellen kann. Deswegen... War ich in dem Schloss. Wenn man mal darüber nachdenkt, wurde ich in der... Anderen Welt gar nicht hungrig. Was ist da... Was ist da überhaupt genau auf seinem Teller? Das Handy klingelt. Ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich noch eine Folge machen soll. Langsam werde ich müde. Es ist 7.40 Uhr am Morgen und ich... Werd müde. Na, ich habe ja nur 2-3 Stunden geschlafen. Ist das... Pommes, oder... Werdel? Äh, lass mich, äh... Mich selber, äh... Klarstellen, äh... You're taking care of me. Won't be for nothing. Ja, äh... Dich... Um mich zu kümmern, soll quasi, äh... Nicht umsonst sein. Es ist ein Geben und Neben. Dank meines Wissens und meinem geschickten... Selbst, äh... Ich habe eine Menge... Intel... Und... Äh... Intelligenz... Schätzungsweise... Also ich habe das auch gerade gegoogelt. Intel, Intel. Gibt denn... Es gibt denn doch eine Firma, die Intel heißt, oder? Also eine Menge Know-How. Eine Menge Wissen und ein paar, äh... Werkzeuge zum infiltrieren. Zum Einbrechen. Lol. Eine Katze, die mich das Verbrecher sein lehrt. Was sind das für... Was... Was sind das für welche? Also quasi, was für Werkzeuge? Wirklich? Was sind das für welche? Wow, ich kann dir nicht mehr sagen, bevor wir nicht, äh, unseren Deal geklärt haben. Ich dachte, das haben wir schon. Im Austausch mich, äh, dafür, dass du mich hier lässt, bringe ich dir, äh, über, äh, dir diese Werkzeuge näher. Wie klingt das? Ach, ich lehne ein Abspiel beendet, okay? Äh, okay, lass uns das machen. Äh, na gut, schätze ich. Okay, lass uns das machen. Ich mag die Antwort. Und ich mag es nicht. Dass ich nur zwei Antwortmöglichkeiten habe. Hey, dann ist es ein Deal. Morgana, äh, scheint glücklich zu sein. Alter! Ey, komm! Es ist ein Witz! Es ist ein Witz, oder? In so kurzer Zeit! Nee! Komm! Du machst mich richtig aggressiv. Richtig aggressiv. Äh, Talent. Volle, äh, Infiltration. Und, äh, Fluchtmöglichkeiten. Äh, to all men of... Ja, an allen gewöhnlichen, ähm, überall und nirgendwo quasi. Also ohne nirgendwo. Äh, es ist... Es besteht sogar die Möglichkeit, dass du speziale Werkzeuge benutzt hast und jemand, der... Manufakturator, also quasi jemand, der sie gebaut hat, schätze ich. Antworte mir. Ja, vor allem, ich antworte auch so gut. Ich antworte immer so gut. Ich bin du, du bist dich! Du hast, äh, ja, dein... Das alles, was ich schon mal am Anfang hingeschrieben habe. Nur, Magician ist halt neu. Ja, ja. Ah, guck mal, erlaubt mir, äh, gewöhnliche Standardsachen, äh, Standardinfiltrationssachen herzustellen. Was auch immer das heißt. Ja. Hm. Bin gespannt. Ja, ich lehre dich, äh, nach und nach der Infiltrationswerkzeuge. Was ist das denn? Es ist... Also es ist kein gängiges Wort, oder? Einbruch, sollte ich vielleicht sagen. Aber ich mag das Wort Infiltrieren mehr. Genauso wie Penetrieren. Wahrscheinlich, weil es auf Trier nennet. Übrigens, die Power, die Macht, die du mit diesem Palast benutzt hast, war echt erstaunlich. Je stärker die Macht wird, desto, äh, mehr kann man sich quasi darauf verlassen als Trumpfkarte. Ja. Ich hätte meinen Charakter vielleicht Trumpfkarte nennen sollen. Okay, ich werde jetzt quasi immer bei dir bleiben, von dem heutigen Tage an, wo auch mal du hingehst. Persona ist die Stärke von jemanden, jemandens Herzen. Je nachdem, welche Erfahrungen du im Leben bekommst, äh, je nachdem, wo das diese Fähigkeit beeinflusst, Deine Persona, also meine Persona wäre quasi, ein Emo, oder so. Also, wenn du mal jetzt so spontan geantwortet, ähm, ja, wenn du quasi, äh, ach, dieses Wort, ja, wenn du mit, äh, fähigen Leuten quasi in Kontakt kommst, äh, lernst du vielleicht auch nützliche Sachen, ja. Wie beispielsweise das, nach dem Dungeon rausgehen von einer Lehrerin durchs Brücken massieren. Das ist alles Teil unseres Stils, verstanden? Also, du willst... Du willst quasi, dass ich ein soziales Leben führe. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Äh, ich erwarte große Dinge von dir. Äh, lass mich nicht hängen, okay? Okay, okay, lol. Kann ich denn vielleicht jetzt mal speichern oder so? Äh, außerdem... Ja, hast du schon gesagt, ich begleite dich, warum auch immer du hingehst. Keine Sorge. Äh, es kostet dich quasi nichts. Getting around in cat-formsounds. Ja, äh, in einer Katzengestalt rumzuwandern. Scheint, äh, hört sich aber ziemlich seltsam an. Unkonventionell. Und nun, es ist, wie es ist. Äh, I just have to deal... Ja, ich muss halt damit klarkommen, in der Tasche von dir herumgetragen zu werden. Ah, siehste, das habe ich vergessen. Ich habe mir, ähm... Diesen Handy-Klingelton habe ich mir, ja, quasi auf mein Handy gemacht. So, wenn ich eine Nachricht kriege, klingelt das genauso. Und diese App hier. Diese App gibt es auch in echt. Jemand hat diese App nachgebaut. Also, man kann sich diese IM-App runterladen. Und dann kann man quasi so mit Leuten chatten, in dem Stil. Finde ich auch richtig geil. Würde ich ganz, ganz gerne nehmen. Aber ich habe A, das Problem, dass kein Schwein meiner Bekannten das nutzen würde. Und B, mein Handy ist dafür zu alt. Also, ich kann es leider nicht runterladen. Ja. Danke für alles, äh, heute. Echt cooles Profilbild. Du hast mich gerettet. Und ich habe dir noch nicht mal anständig dafür gedankt. Es ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Du solltest Ryuji danken. Wieso? Warum, genau? Also, auch danken. Aber nicht nur alleine. Mach dir keinen Kopf da drum. Ich kann nicht. Ich liebe dich. Nein. Äh, jedenfalls, äh, wollte ich dich das wenigstens wissen lassen. Bis morgen dann. Äh, ihr habt euch gegenseitig Nachrichten mit dem Ding geschickt, ja? Ich möchte es auch. Also, muss ich dich darum bitten, für mich zu tippen. Ähm, kauft ihr ein eigenes Handy. Äh, jedenfalls, äh, ist das wirklich ein Ort für jemanden, in dem man quasi leben kann? Kann man, ist das normal? Ja, ist das normal, dass ich mich da überziehen muss? Was hat das gerade? Das ist gerade ein bisschen geleckt. Leck mich am Arsch. Ja. Puh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, ja, würde ich mal sagen, war es das für heute mit Let's, erstmal mit Let's Play Persona, mit dem heutigen Aufnahmetag. Ich habe schon jetzt Bock weiterzuspielen, aber ich werde langsam müde und meine Stimme und, äh, ähm, ja. Ja, eures Willens wegen, dass ich das erstmal, aber ich finde, ich habe gerade gespeichert, oder? Äh, drei Folgen ist jetzt auch für den Anfang, dafür, dass ich lange nicht mehr aufgenommen habe, ganz in Ordnung. Also, würde ich mal sagen, war es das für heute mit Let's Play Persona 5. Äh, in der nächsten Folge schauen wir dann vielleicht nochmal hier so ein bisschen rum. Hier haben wir dann noch ein paar Sachen, die wir uns anschauen können. Waffen, Ausrüstung, bla bla bla. Und dann schauen wir mal, ob wir dann vielleicht beim nächsten Mal, ähm, ja, quasi... Oh, ich habe doch schon Bock. Ach komm, ich mache einfach was. Vergessen, was ich gesagt habe. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ja, sieh, ich habe so mega Bock, ey, das ist unglaublich. Ja, sieh, ja.